So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Minus und heute bin ich guter Dinge, denn Anfang der Woche hat die GoBaddle League gewechselt wieder mal in die Meisterliga. Deshalb, weil das meine Lieblingsteams sind, möchte ich jetzt mal wieder ein bisschen GBL spielen. Auf dem Weg zur nächsten Top-Lade-TM, die es ab Rang 19, 20 gibt es irgendwas. Wir müssen natürlich die Meisterliga spielen, nicht den Mini-Dschungel-Cup. Obwohl viele gerade sagen, der Mini-Dschungel-Cup wäre übelst einfach und übelst genial. Ich möchte aber wieder mein altbewährtes Team nehmen, Togekiss in der Führung, dann ein Giratina dabei und ein Dialga. Giratina könnte man jetzt, wenn Giratina kommen, ein paar XL-Bombombs sammeln, das mal hochziehen auf Level 50 vielleicht. Vielleicht bräuchte ich eigentlich einen Hunderter, leider kommen die andere vor, aber man kann Bonbons für das Fliegende, für die fliegende Made sammeln. Und dann weiß ich nicht, ich habe ja die ganze Zeit auf Giratina irgendwie Drachenpuls, nee Drachenklaue, irgendwas, irgendeinen Drachen im Hof gespielt. Und gerade wenn Relaxo reinkam oder so, konnte ich denen gut damit eins reinwürgen. Jemand hat gesagt, nein, du musst Spukball spielen. Dann habe ich Unheilböen jetzt Spukball drauf, obwohl ich meistens nie dazu komme, den Spukball einzusetzen. Ich habe jetzt für die Raids Spukball rauf. Ich habe seitdem noch nicht in der GBL gekämpft. Ich möchte jetzt mal probieren, wenn ich wirklich die Drachenmoves rausnehme und nur mit Spukball und Unheilböen und irgendwas anderem noch dazu, also ihr habt ja eh drei Moves, ihr habt ja den Quickmove noch, ob das passt, ob das nicht passt, da muss ich mich jetzt wieder reinfuchsen. Denn ich bin jetzt wieder raus, das ist das erste Mal jetzt wieder GBL seit über einem Monat mit dem hier. So, jetzt sind wir auf jeden Fall sehr effektiv, sehr effektiv. Das ist schön. Eigentlich brauche ich mir gar keine Sorgen machen, denn ich mache eh mehr Schaden als er. Habe auch meinen Quickmove eher voll. Bräuchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht wechseln, oder? Lass mal einfach mal drin. Er ist weg. Jetzt kommt er hier rein mit Eis. Da könnten wir, ja gut, was nehmen wir jetzt? Lassen wir das durch, lassen wir das nicht durch. Wir schilden es mal ab. Wir könnten die Jager reinholen. Die Jager ist ja auch mit Stahl. Giratina würde nämlich direkt in die Knie gehen. Ich muss mich ein bisschen reinfuchsen. Ihr seht, ich bin etwas planlos am Anfang. Aber das heißt ja nicht umsonst, Rams ist Minus. Das wir eh alles verkacken. Das ist ja normal, das machen wir ja immer so. Wir machen immer noch richtig heftig Schaden. Das Toggekiss hätte alleine fast alle immer Leingang niedergeknüppelt. Jetzt holen wir das Dialge rein, weil das ist groß und fett und richtig mächtig und brutal. Und wollen mit diesem... Lassen wir Lawine durch, genau. Wollen mit diesem jetzt also den Rest machen. Wir müssen jetzt hier mal reinschauen. Garados am Start. Garados macht auf jeden Fall gut Schaden gerade. Wir machen einfach unseren Stahl-Move, weil der eher fertig ist. Ich gehe mal davon aus, dass der jetzt den sowieso schilden wird. Ja, er schildet. Trotzdem müsste er vor uns in die Knie gehen, obwohl wir können unser... Wir können auch unser Schild natürlich anwenden. Hauen den Rest hier raus. Hydro-Pumpe, okay. Wäre jetzt nicht so krass gewesen. Ich hoffe, der saugt nicht noch einen Move rein. Der ist jetzt weg. Der ist weg. Er hat noch einen übrig. Ein Glaziola. Das ist jetzt auch fort und das war ein einfaches Match. Das Giratina kam gar nicht zum Einsatz. Obwohl es gerade bei dem Giratina ja drauf ankommt nun, ob das mit Unheilböe Spukball passt. Ich brauche auf jeden Fall bei Giratina einen Geist-Move. Gerade wenn die ganzen Metall-Pokémon reinkommen. Wenn da wieder einer mit Melmetal kämpft. Wenn da wieder einer mit Metagross kämpft. Sonst was. Dafür ist das natürlich prächtig. Das ist gut geeignet. Aber wenn Relaxo am Start ist, bräuchte ich trotzdem irgendwie nochmal bei Giratina was anderes. Aber ich habe eigentlich zwei Drachen am Start. Also was. Was, 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 was. Wir gucken einfach mal, wie wir hier durchkommen. Nicht so gut. Das heißt, wir wechseln mal. Wir wechseln zuerst. Jetzt habe ich wieder das Nachsehen. Ich glaube, das ist gar kein großer Unterschied. Wenn ich jetzt wirklich sehe, wie sich Spukball füllt und wie sich Unheilböen füllt. Okay. Dann ist fast beides gleichzeitig sogar voll. Das heißt, ich könnte eigentlich Unheilböen raushauen. Und könnte da doch mir einen Drachenwurf reinbasteln. Weil das eben kein großer Unterschied ist. Sehr effektiv. Ja, schön. Ich kann nicht wechseln. Ich muss das jetzt über mich ergehen lassen. Hau nochmal Unheilböen drauf. Obwohl das vielleicht mit Spukball natürlich mehr Schaden gemacht hätte. Da lohnt sich Unheilböen ja wirklich eigentlich gar nicht. Jetzt schildet er sogar. Okay. Lass mal schilden, Bruder. Hoffentlich macht, ja, macht einen Move. Ich schilde jetzt auch mal. Weil meine Moves sind ja gleich voll. Da kann ich wenigstens noch ein Schild von ihm rausjagen. Oder vielleicht sogar so einen Move machen. Schaffe ich denn? Aha. Jetzt willst du einmal auf Spukball gehen. Und genau da verkackst du es natürlich. Ich schau mal meinen Togekiss wieder zurück. Mit dem Togekiss habe ich ja gut Schaden gemacht. Schilde jetzt auch mal ab. Den Rest nehmen wir so nieder. Er hat dann noch ein Schild. Geht in die nächste Runde mit dem letzten Pokémon. Müsste also jetzt passen. Metacross. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn man den Flammenwurf hätte einsetzen können. Den hätte ich jetzt auch machen können. Ich gehe mal davon aus, er schildet sowieso. Weil er weiß, dass ich so ewig gebraucht habe. Er schildet. Aber komme ich jetzt nochmal zu einem Flammenwurf? Ich denke mal nicht. Nee, natürlich nicht. Sieht schlecht aus. Vor allem hat er noch alle drei Pokémon. Adi, nein, nicht hier drauf. Ja, die ist schon... Letztes Mal ist Adi auch einfach über die Tastatur gelaufen. Und dann hat es genau die Aufnahme abgebrochen. Deswegen muss ich den jetzt mal hier wegpacken. Das geht heute leider nicht. Das kann er ja im Stream machen. Da finden die Leute das immer lustig. Aber bei der Aufnahme zu GBL darf das nicht sein. Das ist Sperrgebiet. Das muss ich dem vor die Tür packen. Erdbeben, ich bin weg. Super Sache. Also das Match war komplett kacke. Von vorne bis hinten. Ah, die sieht schon wieder Gespenster. Und greift den Sessel an. So, weiter geht's. Egal. Ich habe immer noch kein... Ich habe immer noch kein Relaxo gesehen. Wo sind die ganzen Relaxos hin? Die haben sonst immer Relaxo reingehauen. Normalerweise mache ich ja immer ein ganzes Set mit 5 Kämpfen. Je nachdem, wie viel ich gewinne oder verliere, mache ich dann halt weiter. Maximal 3 Sets, also 15 Kämpfe, dass das Video so eine Stunde geht. Höchstens. So, wen hat er jetzt? Metagross. Dann weiß ich ja, dass ich jetzt wechsle auf meinen Giratiner. Und bin sehr effektiv. Lass ihn aber mal durch. Das dürfte nämlich jetzt Sternenhieb sein. Nein, Psychogenese. Okay. Ja, Verteidigung singen. Ja, und nun probieren wir es mal aus mit Spukball in der Hoffnung, dass er nicht schildet. Na gut, selbst wenn er schildet, hat er halt sein Schild wenigstens verbraucht. Dann hat er seins schon mal weg. Ich mache meinen Schilder nämlich auch weg. Meine Quick Moves tun ja ihr Bestes. Jetzt kann ich hier. Schaffe ich es jetzt, wenn ich nicht mehr schilde, meine Moves zu sammeln und ihn dann wegzuhauen? Oder soll ich alles auf eine Karte setzen? Ich glaube, es wäre wahrscheinlich... Es passt, es passt, es passt. Es hat gepasst. Jetzt müsste ich trotzdem aber mal draufhauen, egal wer da reinkommt. Dragoran. Beide Moves voll und natürlich keinen von beiden eingesetzt. Okay, das war jetzt auch wieder Kacke. Milotic am Start. Milotic macht jetzt was? Von wieso nimmt der Dragoran rein, haut mich weg? Weil er dachte, okay, es ist klar, dass ich jetzt direkt wieder auf Toggekiss gehe, ja. War ihm das so klar? Mir war es nicht mal klar. Alter. Was machst du denn schon wieder? Und dann guckt er auch noch. Also Folge bis jetzt nicht so toll, ja. Ich habe sonst immer so ein Gefühl dafür, wie ich mich fühle, wie die Folge sich fühlt, wie sich alle fühlen. Äh, ist sonst alles richtig cool, aber heute, weiß ich nicht. Ich schiebe es mal auf die Erkältung immer noch, auf alles, was einen total niedermacht. Ein Schild ist noch am Start. Da hat er jetzt das Dragoran noch drin. Okay, der greift jetzt hier mit Drachenmoves an, was jetzt nicht weiter schlimm ist. Wir können ja mit dem Stahlmove eigentlich den Rest machen. Das dürfte theoretisch passen. Es ist so schlimm, wenn du nicht einmal einen Satz ganz normal reden kannst. Du musst immerzu wieder abbrechen und wieder aufhören zu reden, weil du merkst, dass dir gleich alles rauskommt. Und bam und hoppa und eine Rolle vorwärts in die Soße. Also drei Matches, zwei Siege, einen verloren. Ohne große Taktik, ohne einfach nur stumpfen mit dem Team, was man immer nimmt, einfach weiterzumachen. Obwohl es ja trotzdem so viele Änderungen immer gibt bei den Attacken, bei den Pokémon, bei allem. Rang 17 sind wir übrigens. Wollen ja eigentlich auf Rang 20, ja. Letztes Mal war ich hier Rang 21 oder irgendwas. Das ist ein Togglekiss gegen die Alga. Das macht erstmal einen guten Eindruck. Die Frage ist, mit was greift er an? Lass uns einfach mal durch. Eisenschädel, okay. Dann komm du mit Eisenschädel. Dann probiere ich es direkt mit Flammenwurf. Wenn ich da hinkomme, ich komme gerade so hin. Schildet er, schildet er nicht. Zum Glück habe ich meinen Diager noch am Start. Ansonsten generell, wenn er Drachen hätte... Oh. Einfach komplett weggerissen. Metagross, das passt auch sehr gut. Da kann ich nämlich jetzt auch wieder mit meinem Giratina reinkommen. Also Giratina, beste Wahl, seitdem mir das irgendjemand mal gesagt hat. Ich denke mal, es war sowieso wieder der Benjamin. Einfach gesagt, gegen Metagross immer auf Geistmoves gehen. Sofort Giratina rein wechseln. Seitdem weiß ich immer Bescheid, wenn ich Metagross sehe. Oder wenn ich was anderes sehe. Ich komme rein und hole die zwei Homies dazu. Dann passt das. Soll ich jetzt auch wechseln? Soll ich nicht wechseln? Ich weiß es nicht. Ich schilde jetzt mal den. Den möchte ich mir bitte aufheben. Für meinen Metagross. Wechsel jetzt aber auch mal hier. Wir machen jetzt zusammen weiter. Was natürlich jetzt vielleicht doch nicht so schlau war. Weil er hier Bodenmoves hat. Hat er Erdbeben? Oder macht er nochmal Aqua-Hobits? Wenn er jetzt Erdbeben hat. Ja, er hat Erdbeben. Gut. Dann war es gut mit dem Abwehren. Den Rest, um auf Nummer sicher zu gehen. Mach mal lieber jetzt so. Nicht, dass er nochmal was geladen hat. Und mich umschmeißt. Denn ich habe noch gut Energie am Start. Zack. Hauen wir den weg. Und jetzt hat er hier noch seinen Metagross. Und wir haben noch den Otto am Start. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen hier hin und her flexen. Das dürfte auch jetzt kein Problem mehr sein. Also Meisterliga. Jeder spielt Metagross. Jeder. Habt ihr schon mal Metagross gespielt? Ich habe noch nie Metagross gespielt in der Meisterliga. Er hat auch noch ein Schild. Das wird er jetzt sicherlich einsetzen. Deswegen mache ich auch nur den kleinen Move. Und ich komme theoretisch immer noch nicht dazu. Spukball effektiv zu nutzen. Wenn ich jetzt nochmal die Unheilböe voll habe. Dann müsste das eigentlich schon reichen. Hat er jetzt noch einen Erdbeben? Fetzt mich das weg? Komm, ich hänge in der Luft. Der darf mich nicht so hart treffen. Da ist noch was übrig. Genau. Das sieht gut aus. Und jetzt den Rest mit... Ich weiß nicht, ob ich die Namen mit Unheilböen rausgeholt habe. Ich hätte vorher mal auf die Attacken gucken sollen. Dass ich überhaupt weiß, wovon ich rede. Ich sage immerzu einfach... Ich greife jetzt mit dem Stahl-Move an. Weil ich immerzu nicht weiß, was der Stahl-Move ist. Eisen-Schädel würde das sein wahrscheinlich. Drei Matches geworden, eins verloren. Das ist ganz gut. Oh Mann. Und natürlich immer Togglekiss vorne drin. Früher habe ich glaube ich immer Giratina vorne drin gehabt. Mit dem Fliegenden bin ich immer gestartet. Oh, wenn das Giratina noch auf 50 wäre. Das wäre so heftig. Das wäre so brutal. Jetzt müssen wir mal zuerst wechseln. Dann wechselt er bestimmt auch raus, oder? Ja, bleibt erst mal drin. Das lasse ich auch erst mal durch. Ich denke mal, das wird jetzt Sternenhieb sein, weil das war schnell aufgeladen. Und jetzt kommen wir mit Unheilböen hinterher. Bin mal gespannt, möchte sein zweites Pokémon sehen. Oder hat er doch jetzt gewechselt? Ne, hat nicht gewechselt, okay. Jetzt natürlich, wenn er noch einen Move macht, könnte ich schilden. Er hat ja sein Schild zuerst rausgehauen. Also habe ich ja jetzt keinen Nachteil davon. Und ihr seht dich wohl langsam auf mit den Moves. Mit dem Schaden, den ich mache. Jetzt habe ich natürlich... Ich hätte es vielleicht mit den Quick Moves sogar ihn noch runtergezogen. Hätte es seine Energie geklaut. Er hätte meine Schilde mitgenommen. Jetzt hat er wenigstens gar keine mehr. Jetzt sehen wir gleich, ob es sich ausgegangen wäre. Wenn nicht, wenn das jetzt alles voll lädt. Nein, er hat es nicht. Ich habe einen Move voll. Wenn ich direkt den einsetze, gibt es vielleicht einen Schmangerl-Despo da am Start. Er könnte Feuersturm wahrscheinlich auch wieder. Ich würde jetzt auch wieder auf meinen Togglekiss gehen. Der ist zwar effektiv gegen mich, aber ich auch gleichzeitig gegen ihn. Ich habe auch noch ein Schild. Und an sich muss ich wahrscheinlich gar nicht viel machen. Ich brauche auch hier keine Quick Moves mehr. Äh, keine Charge Moves mehr. Ich kann ihn einfach so niederrotzen. Jetzt habe ich aus Versehen rechts gedrückt, weil ich total erschrocken war, dass er noch ein Pokémon hat. Was jetzt eigentlich total Quatsch ist, oder? Flammenwurf. Hey, guck dir das an, wie dämlich das ist. Aber egal. Lass uns ein bisschen hier kämpfen. Wenn du einen Move hast, kannst du ihn einsetzen. Wenn nicht, auch nicht. Ich habe eh noch ein Schild, aber irgendwie kommt er zu nichts. So ein Felswerver... So ein Felswerver oder irgendwas wäre doch auch cool gewesen. Nochmal gegen das fliegende Togglekiss. Er macht halt lieber nichts. Und das wird wahrscheinlich auch sein Untergang. Wir lassen uns jetzt nämlich einmal durch. Oder er hat die ganze Zeit extra gesammelt. Surfer hat auch. Surfer müsste auch gut sein gegen mich. Er hat doch nicht so lange gebraucht, jetzt um Surfer aufzuladen, oder? Und die Jager macht wieder den Rest, bildet hier das Schlusslicht. Also fünf Kämpfe, vier zu eins gewonnen. Ging auch relativ schnell. Ich muss mich trotzdem auch ein bisschen beeilen. 15 Minuten. Es kommt nämlich gleich Wrestling um zehn. 15 Minuten. Da bin ich ja bei 45 Minuten mit der Folge um, wenn ich jedes Mal so schnell fünf Kämpfe gewinne. Guckt euch den Staub an. Der Staub haut auch ordentlich rein. Hier gibt es noch Sonderbonbons. Die Pokémon-Belohnung. Freue ich mich immer besonders drauf, was es gibt. Ein Zuko Keks. So ein richtiger Kek. Für zwischendurch zu mitnehmen. So, Schnellfang-Trick. Zack. Geh mal raus. Ich hoffe, der hat geklappt. Hat natürlich nicht geklappt, oder? Doch, ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Check ich nicht. Also Rang 18 werden wir, denke ich mal, heute noch schaffen hier. Zuro-Keks-Belohnung. Gucken wir uns danach an. Einfach jetzt direkt fix weitermachen, wo wir gerade gut drin sind. Immer noch kein Relaxo gesehen. Ob da noch ein Relaxo kommt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal nicht. Aber ich sehe schon, dass ich Spuk mal trotzdem nicht unbedingt brauche. Ich weiß. Irgendwie wirkt es so, als hätte bei Giratina gereicht, wenn da einfach nur ein Quick und ein Chargemo fädet. Der hätte gar nichts anderes gebraucht. Jetzt muss ich natürlich wieder wechseln aufs Giratina. Er wechselt auch raus. Geht auf ein Evil-Tal. Ja. Da hat er natürlich jetzt einen Vorteil. Was ich aber nur deshalb weiß. Weil ich sehe, dass das sehr effektiv steht. Wenn es mich trifft. Ich kann ja jetzt leider nichts machen. Ich könnte jetzt mal versuchen, dann auf den Spukball zu gehen. Also einmal werde ich abwehren. Sonst bin ich wahrscheinlich gleich tot. Aber eigentlich brauche ich den noch ein bisschen. Vielleicht ihm hier mit dem Spukball ein. Wenn er sagt, ah der ist nicht so stark, lasse ich durch. Aber der Spukball einfach mehr Schaden macht. Dürfte er das trotzdem voll reinknallen. Und zack, das sieht gut aus. Und jetzt wäre auch gleich der Punkt, wo ich doch wechseln könnte, oder? Nee, aber ich schaffe vorher bestimmt noch meine Unheilböen. Und wenn er den durchlässt, dann ist er eigentlich auch tot. Obwohl er im Vorteil war. Obwohl er im Vorteil war. Da habe ich ihm mir ordentlich zugesetzt. So. Ich könnte rauswechseln. Ach, Mann. Ich könnte rauswechseln. Ich muss jetzt... Ich brauche den noch. Hier, mach mal kurz den Rest, Bruder. Ah, jetzt holt er ja wieder seinen. Ah, bin ich doof. Nee, jetzt hat er Stolos am Start. Stolos! Na, wie wäre es mit uns zwei? Soll ich gucken, ob ich zum Flammenwurf komme? Nee, ich komme nicht dazu. Oh, oh. Ich glaube, das war jetzt... Das war nix. Da hätte ich doch lieber den Aero-Scheiß machen sollen. Jetzt bin ich tot. Ähm... Ich brauche den trotzdem noch. Aero-Ass. Jetzt wechselt er wieder auf Metacross. Ist ja klar. Egal. Nicht unterkriegen lassen. Alles ist cool. Ich habe mir das so einfach gedacht. Aber irgendwie war das komplett... Ging nach hinten los. So. Eisenschädel. Hauen wir einmal drauf. Regenerischer Tage müssen wir natürlich durchgehen lassen. Haben ja keine Schilde mehr. Aber immer zu versuchen, das Giratina zu schützen. Jetzt haut er hier das Erdbeben raus. Das heißt, der ist auch weg. Ich denke, ich sehe jetzt schon, dass ich gar keine Chance habe. Eigentlich könnte ich direkt aufgeben. Ich komme jetzt hier an. Hätte jetzt einen Spukball machen können. War mir wieder zu unsicher. Ich habe gedacht, wenn ich da drauf drücke. Der ist noch nicht geladen. Bis ich den machen kann, bin ich tot. Komischerweise hat es länger gedauert. Und ich habe noch Energie gehabt. Ich hätte ihn schon machen können. Aber der Rest wird nicht ausreichen. Es wäre sogar fast... Es wäre sich fast noch ausgegangen. So komplett hinten gelegen. Aber ich glaube, er wäre jetzt noch einmal unhalb Höhe durchgegangen. Hätte das nochmal gut Schaden gemacht. Hätte ihn vielleicht sogar mitgenommen. Das letzte Stück. Ich habe heute eine sehr komische Ausdrucksweise. Weiß auch nicht warum. Außerdem habe ich auch nichts hier. Jetzt hätte ich gerne so einen Bombom gelutscht nebenbei. Mann ey. Nichts vorbereitet. Vor allem der ganze Müll hängt schon wieder hier rum auf dem Desktop. Guckt da nicht so genau hin, was da alles ist. Und wie Kämpfe brauche ich denn? Ich bin ja nicht mal bei der Hälfte. Aber ich habe auch schlecht angefangen. Mewtwo ist auch so ein Teil. Ich glaube immer, wenn Mewtwo vorne drin war, habe ich glaube ich auch einfach ganz wild drauf gestampft. Und... Ja gut, selbst mit Kyoko vorne drin, habe ich mich eigentlich nicht unterkriegen lassen. Ich weiß nicht. Da denkt man wieder, Togekiss ist das absolute Powerhouse. Weil das halt einfach alles alleine macht. Guckt es euch halt an. Wie ist halt da steht. Das ist schon der zweite Gegner. Und er schildert, schilde ich halt auch. Also was soll ich machen? Server. Der hätte eigentlich gut Schaden gemacht. Sehe ich einmal andersrum. Mache ich immer, wenn ich Labras habe, gegen Kyoko vorgehe. Ah, jetzt hängt wieder alles. Komplett. Das heißt, den muss ich noch abwehren. Den Rest mache ich noch mit dem Quick Move. Und dann, egal was reinkommt, einfach direkt einen Charge Move draufgeballert. Schauen wir mal, was es ist. Vielleicht machen wir sogar einfach Flammenwurf, weil Flammenwurf die stärkere Attacke ist. Egal was es ist. Ist der überhaupt schon voll? Ich weiß es gar nicht. Doch jetzt Mewtwo. Mewtwo ist da und wir machen mal Flammenwurf. Weil mit Flammenwurf rechnet keiner. Und die Handy-Performance ist so schmierig. Ich sag's euch. Ich muss mich jetzt auch sterben lassen. Kann aber mit jetzt Giratina rein, oder? Das müssen wir doch jetzt auch gut Schaden machen. Wenn er natürlich jetzt einen Spukball hat, dann sieht's schlecht aus. Der hat bestimmt Psycho-Stoß. So. Psycho-Stoß ist gut. Jetzt wechselt er wieder raus. Ich wollte gar nicht. Ich wollte eigentlich wechseln da drüben. Manchmal lockst du das ein, weil dein Finger so fett ist. Das hätte doch jetzt gegen... Das hätte ich doch jetzt gut reingehauen gegen Mewtwo. Der hat natürlich jetzt wieder Bodenattacken, was schlecht für's Dialga ist. Aber was soll ich machen? Er hat halt gute Quick-Moves, mit denen er erstmal viel Schaden macht. Er kommt sogar mit Wutanfall angeschissen. Okay. Dialga, du lässt dich jetzt nicht unterkriegen. Du haust ihn jetzt hier weg. Und jetzt haust du nochmal, weil dein Rambos, glaube ich, voll ist. Ne, dein Eisenschädel hast du ja. Hört einfach nicht zu. Eisenschädel ist ja voll. Den haust du jetzt einfach kurz auf das Mewtwo drauf. Und wenn das Giratina noch zum Einsatz kommen muss, muss es nicht, wäre das auch eine gute Sache gewesen. Ja, schon wieder ein bisschen, ne. Das ist gut. Mewtwo, wenn ich Mewtos sehe, fühle ich mich eigentlich immer gut. Metagross eigentlich auch kein Problem. Mewtwo kein Problem. Selbst Knackrak eigentlich. Wenn die mit Boden spielen, auch jetzt kein Problem. Ist der Einsatz. Ich habe ja trotzdem gut Schaden gemacht mit meinen Drachen-Moves. Wenn ich das richtige Pokémon erstmal drin habe. Also, einen verloren, einen gewonnen. Fängt schon wieder gut an. Vorhin habe ich auch einen verloren. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich fünf Stück verliere, dann breche ich direkt ab. Selbst wenn es das erste Set ist. Dann gibt es halt nur eine kleine Folge. Minaminu Mabe. Ja, hauptsache Mundschutz läuft. Was war das für ein Wechsel? Heißt das, er darf jetzt nicht mehr wechseln, weil er gerade gewechselt hat? Oder was sollte das sein? Er hat doch gerade noch einen Dialga da stehen gehabt. So, wir werden das jetzt ab. Weil er sicherlich einen Server macht. Und der Server bei mir halt immer so heftig reinknallt. Ich glaube, wir schaffen es sogar nochmal, den Aero Ass voll zu machen. Und können dann auf den nächsten, der reinkommt, zweimal draufhauen. Ah, ich muss doch mein zweites Schild nehmen. Es hätte ja gut gehen können, ja. Ist es aber nicht. So, jetzt ist er wenigstens weg. Und je nachdem, was jetzt kommt. Beziehungsweise eigentlich müsste ich eh überall Aero Ass drauf machen. Egal was kommt. Bevor ich tot bin. Guck mal, bin ich effektiv? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Flug, Boden. Komm nochmal Aero Ass hinterher. Lass ruhig durch. Da, wo fliegt das Zeug denn hin? Und jetzt hängt sich das Handy wieder auf. Das ist so bescheuert jedes Mal. Das fliegt da rum. Du kannst es alles so schön verfolgen. Und dann plötzlich, na, weißt du ganz genau. Es hat erstmal 50 Dinge ausgelassen. Dann macht es wieder keinen Schaden. Was jetzt eigentlich egal ist, weil er hat es eh abgewehrt. Aber trotzdem, das nervt mich immer komplett. Jetzt muss ich mal kurz. Boden. Ja gut, eigentlich muss ich da auch nicht überlegen. Er ist halt effektiv einfach gegen alles, was ich reinhole. Aber ich denke mal, Unheilböen ist schneller vollgeladen. Und kann man eher einsetzen. Um ihn ein bisschen... ...abzulenken. Druck zu machen. So, jetzt sinkt alles. Super. Habe ich noch gar nicht erlebt. Alter, Feuerschlag. Sieht richtig gut aus. Und vor allem meine Verteidigung ist... ...meine Verteidigung ist erhöht. Und mein Angriff ist auch erhöht. Ja. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben... ...jedes Mal, wo ich Unheilböen gemacht habe... ...noch nie irgendwie einen Boost darauf bekommen... ...dass der irgendwie mehr macht. Ja genau. Jetzt setzt mal deinen Move ein, dass du keinen mehr hast. Und dann komme ich rein und dann zeige ich dir mal, wie das aussieht, wenn man dann einen hat. Obwohl eigentlich... ...ja, sind wir zwei nur noch übrig. 4.500 gegen 4.029. Das ist ein Level 50 Pokémon im Einsatz. Ich sage es euch. Guckt euch das an. Wir gehen auch auf Nummer sicher. Hauen ihm jetzt nochmal einen Eisenschädel zwischen die Beine. Damit er es sieht, mit uns ist nicht zu spaßen. Wir haben sogar noch ein schönes Blümchen angesteckt. Achso, das hat er auch. Aber unseres ist schöner, weil es so schön ist. Einfach nur so. Das ist jetzt drittes Match. Zweiter Sieg. Eine Niederlage. Einen schenkt man ihnen immer. Wir wollen ja nicht hinten den Staub noch mitnehmen. Die dreckige... Jetzt weiß ich auch, wieso ich immer zu... Ich sehe ja gar nichts durch diese komische Pudelperücke. Das ist kein Wunder. Hauptsache Togekiss vorne weiter im Lied. So, 21.18 Uhr. Wrestling rückt immer näher. Schnell, schnell. Dark Platze. Also Dark Blaise 08. Man merkt, dass ich Natururin öfters verfolge. Deswegen habe ich immer so geistige Entgleisungen. Meter groß. Schon wieder. Deswegen gehen wir natürlich auf Giratina. Das heißt, er wechselt bestimmt auch wieder durch. Kommen jetzt mit einem Kack-Sack. Mit Knackrack am Start. Habe ich nicht vorhin auch so eine Knackrack-Situation gehabt? Ich kann mich nicht erinnern. Doch, ich glaube, das war das. Wo ich dann auf Spukball gegangen bin. Aber irgendwie... Entweder hat er wieder andere Moves. Oder das Handy hängt schon wieder so dermaßen, dass es bei ihm einfach so gut wie gar nicht angreift. Und bei mir halt einfach... In der Heer hängt. Sinkt noch die Verteidigung. Das ist aber auch schön. Kommen wir trotzdem jetzt mit dem Spukball hier an. Den er hoffentlich durchlässt. Wir ihn überraschen und noch ein bisschen Schaden machen. Er könnte jetzt natürlich auch mit einer Drachenklaue rechnen oder so Zeug. Macht er aber nicht. So, jetzt vorsichtig. Ähm... Ich muss davon... Ja, super. Sandgrab konnte er nicht mehr machen. Ich muss davon ausgehen, dass er eh sein Meter groß wieder reinholt. Und wir zwei uns hier gegenseitig abziehen. Ach so, ne, warte. Kann der auch Erdbeben? Schilde lieber mal. Ja, der kann auch Erdbeben. Okay, das war gut. Dann war es aber schlecht, dass ich den reingeholt habe. Jetzt wechselt er natürlich nochmal. Ist das ein Rüdiger? Einfach fabelhaft. Eisenschädel. So, Drache am Start. Machen wir es doch anders. Kommen wir halt so zurück. Gucken wir, wie stark ich bin. Gucken, was ich hier für Moves mache gegen dich. Wenn ich es jetzt natürlich schaffen würde, bei Togakiss ihn mit den Quick Moves zu besiegen und mir schön... Und mir schön hier einen Flammenwurf mitzunehmen. Aber er hat ja immer noch... Ja, ne, er hat ja immer noch. Er hat immer noch, ne? Das ist scheiße. Weil er immer noch hat, setzt mal schnell mal das ein, weil wir zu dem Rest eh nicht kommen und er jetzt wahrscheinlich eh schildert. Aber jetzt schildert er wenigstens das, dass ich dann mit meinem noch durchkomme. Siehst du? Eiskalte Berechnung. Nein, jetzt hat er doch sein Wuh voll. Hallo, Spindy Allgau. Ey, der darf das nicht mit Erdbeben jetzt niedermachen. Lass ihm wenigstens noch ein Fitzelchen übrig. Ich kann gar nicht hingucken. Nur, ist weg. Oh! Mein Gott. Der zweite, äh, äh, die zweite Niederlage. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich jetzt zwei gewonnen und eine Niederlage gehabt? Also jetzt zwei, zwei. Und jetzt noch eins. Das heißt, die Pokémon-Belohnung wäre noch machbar. Das war jetzt nicht das dritte Mage, oder? Das war das vierte. Wir sind bei halb. Das muss das fünfte sein. Das muss das fünfte Match sein, denn ich bin jetzt bei einer halben Stunde Aufnahme. So, Pudelperücke gegen Strohhut. Ei! Da kommt der Eier, Mann. Fünf, sechs. Zwei, zwei. Und es hängt wieder heftig. So wie es bei euch jetzt gerade aussieht, so sieht es bei mir auch aus. Er hat sein Pokémon noch nicht mal reingeworfen und ich habe schon fast keine Energie mehr. Ja, ist okay. Komm, lass uns schilden. Warum auch nicht? Psychostoss. Ich habe immer gesagt, Mewtwo kein Problem. Reikwaser. Hm. Eigentlich auch kein Problem. Wozu hebt er jetzt das Mewtwo auf? Gut, ich habe noch das Giratina gegen das Mewtwo. Reikwaser, dem haben wir auch ordentlich eins drüber gesemmelt. Jetzt müsste das doch reichen von den Quick Moves, dass der weg geht. Er hat noch zwei Schilde. Er holt sein Mewtwo nicht wieder rein. Wenn ich jetzt auf Feuer gegangen wäre, wäre ich schon tot. Deswegen müssen wir mal kurz den auch wieder raushauen. Jetzt vielleicht mit... Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Gehe ich jetzt auch mit Dialga rein. Komm, ich gehe auch mal mit Dialga rein. Lass uns gegenseitig hier an einer Strippe ziehen. Wenn du natürlich jetzt hier Draco Meteor machst oder irgendwas, bin ich weg. Das heißt, ich muss abschillen. Kann aber jetzt sicherlich im Einzelkampf fix die Quick Moves nutzen und die Charge Moves aufladen, die ich mitnehme und dann gegen seinen Mewtwo einsetze. Mach mal gleich mal hier mit Stahl. Eisenschädel. Von wegen Rambos. Das dicke Relaxer hat auch immer Rambos am Stahl. So, eingesetzt. Jetzt müsste er eigentlich nur noch Move machen. Und wenn ich Giratina reinhole, kann ich dann mit dem Giratina auch gut was machen. Außer ich brauche es gar nicht, weil ich mit ihm halt schon einfach alles mache, was ich machen wollte. Seht ihr? Dialga ist einfach der Boss. Deswegen war es ja auch mein... Deswegen war es ja mein Anliegen, unbedingt ein 100%iges Dialga zu bekommen, damit ich es dann auf 50 push. Ich hätte zwar das 98er auch auf 50 pushen können, aber ich wollte das 100er. So wie es beim Giratina ist. Und ich hoffe immer noch auf Formwandel irgendwann, dass du die Beine zu den Flügeln umwandeln kannst, damit das dann eben die fliegende Made in 100 ist. Weil ich habe ja das Bebein als 100%iges. Käufwaffe hat den Formwandel vorgemacht. Mal gucken, wenn Freitag das Zeug reinkommt, ob das vielleicht bei Giratina nicht auch funktioniert. So, da ist noch ein blaues Quabbel. Nehmen wir auch mal hier noch eine Sananabeere mit. Zack, werfen wir drauf, fliehen, gehen zurück. Jetzt ist das hoffentlich auch fertig und drin. Das gucken wir uns dann an, wie gesagt, am Ende, wenn ich es nicht vergesse. So ewig, wie das da dauert. Das ist natürlich nicht drin. Ich warte eigentlich nur drauf, dass wir wieder zurückkommen. Okay, Schnellfang-Trick gelernt bei Meister Yoda. So, großartig. Jetzt müsste er aber drin sein. Das ist ja alles weiß. White Screen. Das Spiel läuft auf jeden Fall mega flüssig. Jetzt ist es drin. Jetzt schiebt sich's hoch. Jetzt müsste ich trotzdem bestimmt mindestens drei Kämpfe gewinnen, damit ich noch eine Chance habe. Fehler beim Abholen der Rangbelohnung. Okay. Ah, wisst ihr, dann bewerten wir halt jetzt ganz kurz die zwei, die wir bekommen haben. Und zwar das Zuro-Keks. Und das Quabbel. Mann, das sind ja richtig gute Werte, oder? Und was ist jetzt das Problem an der Sache? Dass wir schon weiter sind? Toll. Jetzt habe ich doch gar nicht gesehen, wie viel es gab. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich muss trotzdem mir irgendwann mal wirklich ein anderes Handy zulegen. Ein iPhone. Weil das nämlich flüssig läuft. Ein neueres, moderneres iPhone. Denn ich habe ja für Rates für Zuschauer, war das iPhone 7 irgendwas. Ist auch schon eine alte Krücke. Damals für 40 Euro gebraucht gekauft bei Ebay. Das hier, das, das Huawei, das, ihr seht ja selber. Du weißt nicht, liegt es am Handy? Liegt es vielleicht einfach am Internet? Liegt es am Surfer? Es können alles drei sein. Er ist jetzt schon hier wieder fertig. Bestimmt Feuerschlag. Genau. Lürft jetzt nicht so krass sein. Machen wir also weiter. Tun so, als hätten wir es nicht gesehen. Lassen wir den nochmal durch. Also er verarscht uns und hat gar keinen Feuerschlag und holt was anderes raus. Er macht nochmal Feuerschlag. Okay. Kommen wir mal mit der Aero-Ass. Denn das Ding ist, ich kann den Bildschirm, wie gesagt, nur übertragen, wenn ich im WLAN bin. Wenn ich im WLAN bin und das Internet von Kabel Deutschland kacke ist, dann habe ich Probleme. Wenn die Niantic-Surfer Probleme haben, dann habe ich auch Probleme. Ja, ich schilde mal. Ich schilde mal, weil ich das Toggekiss eigentlich brauche für noch viele andere Sachen, die dann kommen könnten. Also ist mir das gerade wichtig. Wenn das Handy einfach überfordert ist und es alles ruckelt, habe ich halt auch Probleme. Also wie ihr seht, habe ich theoretisch immer Probleme. Und das ist das Problem, was ich habe. Dass ich eigentlich immer Probleme habe. Das muss ich schon wieder schilden. Weil ich ja hier mit dem Toggekiss gegen Mute auch immer ein bisschen Schaden mache. Natürlich wäre auch Giratina ganz gut. Glaubisch. Können wir gleich mal testen. Aber er ist dann gut gegen uns und wir sind gut gegen ihn. Toggekiss? Weiß ich nicht. Ich bräuchte drei Toggekiss. Die würde ich alle hochziehen und mitnehmen. Das wäre mein... Das wäre mein Traum. Ja. Dann hau jetzt drauf. Jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Also vielleicht mal meinen Fuß befreien, der hier die ganze Zeit eingequetscht ist. Vielleicht geht es dann besser. Jetzt probieren wir es mal mit Giratina. Ja. Jetzt wechselt er natürlich. Auf Lugia. Lugia. Da bin ich leider jetzt komplett überfordert. Sehr effektiv. Sehr effektiv. Sehr effektiv. Ja und? Ich muss leider immer schnell die Unheilböden machen. Ich traue mich nicht bis zum Spukball zu warten. Obwohl ein Spukball ihn natürlich gleich weggefetzt hätte. Aber er kann ja auch noch schilden. Ne? Er schildet. Gut. Jetzt schildet er nicht mehr. Jetzt wollte ich gerade wechseln. Ich habe schon auf Wechsel gedrückt. Ich dachte egal was der macht. Der würde dem Dialga kaum Schaden machen. Und dann komme ich vielleicht doch mal mit dem Spukball rein. Luftstoß. Tod weg. Das wäre dem Dialga wahrscheinlich nicht passieren. So. Wollen wir einfach mal angreifen und gucken was passiert. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich einen Move von ihm überlebe. Deswegen habe ich meine jetzt voll gemacht. Luftstoß. Ich hoffe der macht nicht direkt noch einen. Lässt mich machen. Und lässt mich jetzt vor allem auch machen. Wenn ich meinen Eisenschädel aufs Mewtwo mache. Da gehört manchmal ein bisschen Vertrauen dazu. So. Und weg. So. Super. Feine Sache. Manchmal gehört Vertrauen dazu. Das ist ein Titel. Den muss ich reinpacken. Bis nachher habe ich den eh wieder vergessen. Und ich habe auch jedes Mal nichts da, wo ich mir das dann aufschreiben kann. Also. Sinnlos. Was habe ich denn hier. So. Das muss ich mir jetzt noch merken, dass es da hinten irgendwo steht. Kommt weiter. Zweites Match hier. Das war das erste. Wir wollen das zweite. Vier Sins noch. Und würde sagen, wenn ich bis jetzt eigentlich immer mehr als weniger. Dann ist das doch eine gute Sache. Das heißt, Meisterliga macht mir trotzdem am meisten Spaß. Gerade wenn du einfach ein Raid-Spieler bist und kein GWL-Spieler. Dann hast du halt viele gute Legendäre und viele XL-Bonbons und siehst sie hoch. Und kannst damit dich einfach ein bisschen durchkämpfen, wenn dein eigentliches Ziel einfach nur ist, die Top-Lade-TM zu bekommen. Die du dann auch wieder bei deinen Raid-Pokémon draufknallst. Du musst dich nicht in den kleinen Ligen rum. Es startet frisch ins Spiel und direkt gleich Move machen. Genau. Ich hasse das. Aber das liegt wirklich, denke ich mal, einfach nur am Handy. Und das war es dann. Oh, jetzt. Da blicke ich immer nicht durch. Wer hier was macht und warum und überhaupt. Was ist, wenn Fidinara reinkommt? Benni, wo sind die Tipps? Wenn Fidinara reinkommt, was muss ich machen? Was habe ich zu tun? Wer macht da was anderes? Ich wechsle jetzt auch mal. Zwar wechsle ich jetzt mal hier auf dem Otto. Ich glaube, das war richtig, ja, das war richtig scheiße. Ich sehe nämlich gerade, dass der einfach mega Schaden macht bei mir. Wäre nicht so gut wie gar kein Schaden, wa? Psychoschock. Den hätte ich fressen können. Aber vielleicht können wir dann mit dem Eisenschädel mal hier rauspacken. Und Fidinara bin ich komplett überfordert. Gebe ich zu. Fidinara habe ich so gut wie noch nie großartig gegen gekämpft. Obwohl wir sehr effektiv sind. Okay. So, macht er jetzt Feuerschlag? Dann ist er sehr effektiv. Macht er was mit Boden? Dann ist er auch sehr effektiv. Hm, beste Wahl, dass ich den jetzt reingeholt habe. Versuchen trotzdem einfach mal hier noch was durchzuziehen. Wir sind ja nicht so. Bin ja trotzdem ein starkes Biest. Das heißt auch, wenn das Handy komplett hängt. Schilde sind fort. Er macht nochmal, ja. Feuerschlag dürfte das nochmal sein. Und dann ist es wahrscheinlich auch schon weg. So, ich habe sogar noch was übrig. Hol ich nochmal das Toggekiss rein. Ich weiß gar nicht mehr, was er zuerst hatte. Ja, er darf natürlich direkt seinen Move machen. Weil er genau jetzt voll war. Das hätten sie mir nicht gegönnt. Jetzt ist er auch noch tot. Und jetzt steht es 1 gegen 1. Und er hat noch was. 1 gegen 1. Ich bring Hans mit. So, ich gucke mir mal kurz Unheilböen an. Obwohl, eigentlich wäre es jetzt richtig sinnvoll gewesen. Auf Spukball zu gehen. Wer weiß, ob ich eine zweite Ladattacke überhaupt voll kriege. Also hätte ich mit der ersten gleich auf Power gehen müssen. Wutanfall. Oh mein Gott. Und schon schaffe ich es nicht mehr. Und bin tot. Toll. Hätte ich, wäre ich auf Spukball gegangen. Vielleicht hätte er nur noch so ein Fötzelchen gehabt und ich hätte es ganz knapp noch gemacht. Ich sage, es ist jedes Mal der Unterschied. Aber nein. Aber du lernst ja daraus. Du brauchst die Situation. Du musst scheitern und beim nächsten Mal machst du es wieder falsch und dann beißt du dir nochmal in den Arsch. Also, gute Sache, dass der mir hier zeigt, was ich alles nicht bedacht habe. Immer noch 17, dann wird das jetzt sicherlich auch nichts mehr mit der 18. Ein ganzes Set gespielt, ohne Levelaufstieg. Ah, das ist traurig. Aber so kann ich wenigstens nebenbei auf dem Sofa immer mal ein bisschen zocken. und wenn ich dann in der 18 bin, kann ich ja die zweite Folge aufnehmen für die Woche danach. Oder halt, wenn ich 19 bin. Damit man halt auch einen Unterschied sieht. Oh, 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 oh. Jetzt hier. Relaxo. Was hat Relaxo von Moves? Ich weiß es... Ich weiß es auch gerade nicht. Kraftkoloss, okay. Kann bleiben. Verteidigung sinkt. Angriff sinkt. Relaxo springt. Ja, nicht was ihr sagt oder denkt. Das heißt, ich brauche eigentlich gar keinen Giratina gegen das Relaxo, weil das Togekiss auch gut ist. Und das Relaxo dem eigentlich auch so gut wie nichts entgegenzusetzen hat. Kommt auch nicht mehr zum Move. 3 gegen 2. Das passt. Togekiss gegen Togekiss. Das finde ich auch genial immer. Alle machen rückwärts Saldos. Ich darf sogar zuerst... Ich glaube, ich würde ein Schild einsetzen, dass ich nochmal bei ihm ein bisschen Schaden mache. Oder? Ich komme gar nicht dazu. Ich komme gar nicht dazu, Schild einzusetzen. Ähm. Und jetzt Giratina, Fee, Dingsbums, Dialga. Probier halt ein bisschen... Es hängt halt schon wieder komplett. Probier halt ein bisschen mit Dialga. Lass mal mal durch. Obwohl, wenn jetzt... Feuer... Nein, der hat Flammenwurf aufgeladen. Okay. Aber wir sind groß und stark. Wir halten das aus. Ich muss den jetzt hier wegkriegen. Der nervt. Das heißt, ich muss jetzt auch den Chargemove machen. Ich kann nicht auf die Quickmoves hoffen. Der muss fort. Er ist auch fort. Jetzt soll da sein Dragoran rein. Okay. Ich habe noch zwei. Er hat noch ein Schild. Sieht doch eigentlich ganz gut aus für mich, oder? Setze ich natürlich jetzt ein. Sonst werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr dazu kommen, noch eins einzusetzen. Also, Drachenklaue. Kannst du ruhig machen. Ist mir wurscht. Jetzt kann ich getrost auf Spukball verzichten und kann wirklich hier mit Unheilböen einfach immer rankommen. Er hat ja noch ein Schild. Ob er es einsetzt oder nicht, ist egal. Weil wenn zwei durchgehen, war es das. Er schildet. Bei mir steigt alles. Ich habe noch mein zweites Schild und dann dürfte ich noch mal meine Unheilböe voll bekommen. Dann bin ich die ganze Zeit mit dem Mauszeiger hier einfach mittendrauf. Ja, wunderbar. Das dürfte jetzt auch der Sieg sein. Also, ich habe übersehen, dass er noch ein Pokémon hat. Passiert mir auch manchmal. Ist weg. Alles leer. Fertig. Das heißt, 45 Ein Kampf ist, glaube ich, noch offen. Ich glaube, wieder zwei gewonnen, zwei verloren. Es geht wieder um die Pokémon-Belohnung. Die entscheidende Schlacht um die Pokémon-Belohnung. Es wird ja alles flüssiger gehen und man wäre auch eher fertig, wenn ich jedes Mal der Bildschirm so krass hängen würde. Alter. Auf der anderen Seite, wenn sonst eine Folge über eine Stunde geht und wir jetzt bei 45 Minuten mit drei Sets durch sind, dann kann man ja theoretisch auch noch ein viertes Set spielen. Vielleicht schaffen wir es doch noch auf Kapitel, auf Rang 18. Außerdem ist es ja gerade mal 21,37. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, auch wenn es schon 45 Minuten läuft. Ja, es muss immer eine Stunde gehen, natürlich. Stunde ist das, was zählt. Und es hängt wieder. Und es ist Togekiss gegen Melmetal. Melmetal. Und er greift schon direkt an, obwohl er nicht mal da war. Keine Ahnung. War das jetzt das erste Pokémon, was er drin hat? Hat er jetzt was anderes genommen? Weiß ich auch wieder nicht. Ich wechsle einfach mal. Er wechselt auch. Also war es doch sein erstes Pokémon, was er hatte. Aha. Komm, es geht um die Pokémon-Belohnung. Hättest du mir die wenigstens noch gegönnt? Jetzt kommst du dir mit dem blöden Melmetal an. Hm, hm, hm. Muss ich leider abwehren. Drachenklaue, ja. Das Problem ist, dass ich nur mit Geist angreife. Aber egal. Obwohl jetzt, wenn er gesehen hat, dass ich mit Geist angreife, vielleicht hätte er den jetzt gar nicht durchgelassen. Vielleicht hätte er den jetzt gar nicht geschildert. Vielleicht hätte er den durchgelassen. Ja, jetzt. Den hätte ich so mit Sputball jetzt überraschen können wieder. Dann ist wieder hier Ködern und so Zeug. Das seid ihr immer so heftig unterwegs. Ich muss es trotzdem abschilden. Ich brauch doch eigentlich das Giratina gegen das Melmetal. Was soll ich denn sonst machen? Melmetal is a very bad ace hole. Melmetal kann Melmetal? Ne, der Melmetal kann, glaube ich, Kraftkoloss, was dann auch wieder gut gegen das Dialga ist. Es ist eigentlich egal, was ich nehme. Melmetal macht mich eh kaputt. So, jetzt wäre Sputball göttlich gewesen, aber ich habe so viel Schiss gehabt, dass der einen Move macht, bevor ich dazu komme, überhaupt die Unheilbühe einzusetzen. Na gut, und jetzt hat er sein zweites Schild rausgehauen. Und es ist wieder natürlich beim Attackenaufladen wieder gehangen, wieder nicht alles getroffen, weil der Bildschirm wieder nicht hinterherkommt, weil alles kacke ist. Aber was mache ich jetzt? Jetzt mit Togglekiss? Das bringt es eigentlich gar nicht. Außer ich hätte auf Flammenwurf gehen können, aber der grillt mich wahrscheinlich vorher. Steinhagel, zack, das bisschen, was jetzt noch da ist, macht gar nichts. Jetzt mit die Yalga reinkommen. Ich meine, wir wissen, er hat Steinhagel, aber hat er noch mehr? Hat er jetzt noch Kraftkoloss übrig? Irgendmeinen Stahltyp. Nö, er hat auch Steinhagel, okay. Ja, und jetzt kommt natürlich Togglekiss, genau. Ich denke mal, er hat nur eine Ladattacke, oder? Oder warum ist er jetzt extra gegangen und hat das andere weggelassen? Müssen wir versuchen, hier das aufzuladen, dass wir den Rest haben gegen Nein! Noch einen Angriff, dann wäre er weg und mit dem vollen Move zum nächsten gegangen. Was macht er? Oh, warte mal, ich habe es überlebt. Ja, und jetzt, wenn ich jetzt Stahl nehme, ist doch kacke. Aber Stahl ist das einzigste, was voll ist. Er macht so schnell seine Moves. Vielleicht wird das sogar noch was, oder? Eisenschädel? Und? Aha, hat noch was übrig. Oh, der macht seine Attacke. Er hat mir die Pokémon-Belohnung geklaut. Steinhagel, Melmetal. Aber, ich habe theoretisch noch 19 Minuten Zeit. Ich hau noch ein viertes Set hinterher. Das muss jetzt sein. Ich wollte doch trotzdem Rang 18 wenigstens noch schaffen. Jetzt muss ich wenigstens kein Pokémon fangen, weil ich keine Pokémon-Belohnung habe. So spart man wieder Zeit. Akku schrumpft auch immer mehr. Im gut gekämpft- Bildschirm hängt es auch eine Stunde rum. Warte mal. Das war gerade mal das Viertel-Match. Heißt das, ich habe eins gewonnen und drei verloren? Gut, da gibt es wahrscheinlich doch kein neues Set hinterher. Dann wird das wohl doch das letzte Set sein. wenn das jetzt der fünfte Kampf erst ist. Jetzt wirklich gar nicht mehr durch. Eins, drei, vier. Heißt das, ich habe noch eine Chance? Ne, dann habe ich wahrscheinlich doch drei gewonnen. Drei verloren und eins nur gewonnen. Wieder Felinara am Start. Oh, wir haben alle getroffen und sind auf einfach fabelhaft gekommen. Jetzt hat er bestimmt zehnmal sein Move voll. So, was nehmen wir da jetzt? Nehmen wir halt die Yalga. Kann ich es nicht ändern. Probier halt mal aus. Zeig halt mal, was du kannst. Zauberschein. Mhm. Und tot. Das hat es auf jeden Fall gebracht. So, was haben wir jetzt? Knackrag. Wenn der natürlich jetzt hier Sandgrabe oder so Zeugs macht, dann ist es auch problematisch, aber so wie es aussieht. Wir können ja wenigstens, ne, können wir nicht. Wir können ja wenigstens einmal abwehren. Jetzt hat er gar nichts mehr und ich ja, dann würde ich jetzt mein Schild einsetzen, sage ich mal. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Drachen Quick Move. Erdkräfte. Was hieß der Erdkräfte? Weil ich sehe der Tage nicht Sandgrabe, aber der andere hat das Sandgrabe gehabt. Das ist jetzt wieder komplett doof. Jetzt komme ich mir hier wieder an. Habe noch ein Schild, er hat keins. Gerade gar kein Überblick. steigt, sinkt, fällt, macht. Zweites Schild brauche ich noch. Einmal Spukball aufladen, dann geht's ab. Ich habe vergessen, was er für ein Pokémon noch hatte. So, und es ist ein, es war ein, ein Mewtwo, schaffen wir es zum Spukball, müssen alles jetzt auf eine Karte setzen. Alles auf den Spukball. und einfach fabelhaft. Und es reicht. Und er ist weg. Zum Glück Spukball gehabt. Ich glaube, unheilböden brauche ich gar nicht. Habe ich am Anfang gesagt. Dann bin ich davon weggekommen. Jetzt sage ich es wieder. Wenn ich damit eingestiegen bin und mir diese Aussage aussteigt, dann ist das, was dazwischen war, komplett egal. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe wirklich nur zwei gewonnen, oder? Ne, ich habe drei. Hä? Okay, dann gibt es halt eine Pokémon-Belohnung dazu. Das ist sehr schön. Diesmal können wir sie ja so fangen. Noch ein Quabbel dazu, noch ein wildes. Eigentlich ist es ja in Gefangenschaft, das kommt ja aus der GBL. Das haben sie da festgehalten. Jetzt, wenn das jetzt aber trotzdem so lange gedauert hat, normalerweise 15 Minuten ein Set und ich habe nur noch 15 Minuten Zeit würde ich jetzt ja in den restlichen 15 Minuten kein Set mehr schaffen, wenn ich schon 53 Minuten aufnehme für die drei Sets. Ja, beruhig dich. Ja, das ist ja trotzdem fast eine Stunde. Drei Sets muss reichen. Am Anfang ging es gut, immer 15 Minuten, aber dann hat es irgendwie sehr gezogen. Der hat glaube ich mehr als der vorhin. Ja, sieht zumindest so aus. Steigen glaube ich wieder ein bisschen. Ich glaube das ist auch nicht schön oder nicht gut, kein gutes Zeichen, wenn das so lange und so ewig hier dieser weiße Bildschirm ist. Das zeigt doch eigentlich nur, wie extrem langsam das Handy ist, wie extrem schwer und ruckelig das alles abläuft. So, dann würde ich sagen, war das jetzt die Folge von der Meisterliga, der Titel steht auch schon fest und nebenbei beim Wrestling immer wenn Werbung ist, passt das nämlich gut, dass man einfach noch die restlichen zwei Sets spielen kann. Es hängt schon wieder. Das ganze Handy hängt einfach und macht gar nichts mehr. Oh, jetzt bewegt sich es wieder. Ah, Mann, Mann, Mann. Was sagt ihr? Liegt es teilweise auch an dem Handy und ich habe gar keine Möglichkeit wirklich gemütlich GPL zu zocken, weil das Handy einfach so extrem lahmarschig ist und sich so komplett aufhängt und so komplett überfordert ist, gepaart mit dem Internet komplett mit absolut nichts können, dass das jedes Mal so ausgeht. Würde vielleicht ein neues Handy doch mal gut tun? Schreibt es mal vor allem wenn es nicht 40 Euro von Ebay Kleinanzeigen ist. Das war es jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses